Weiter geht's mit Banjo-Tooie. Ich habe jetzt schon vier Wochen lang nicht mehr gespielt. Das ist schon mal der falsche Knopf. Und ich habe jetzt noch mal kurz meine alten Videos angeguckt und gesehen, dass ich eine Plattform vergessen habe, die ich mit Mumbo aktivieren konnte. Deshalb habe ich kurz nachgeholt. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was ich als erstes mache. Denn das, woran ich schon einige Male gescheitert bin, allein in dieser Aufnahme, also in diesem Projekt. Und ich habe schon eine Idee, was ich mache. Als erstes gehen wir zum 500.000 Mal an diesen Kassen vorbei. Um das Zirkus-Telt herum. Wenn man die doch nur dauerhaft irgendwie kaputt machen könnte. Ja genau, hier drin habe ich die Plattform noch aktiviert, Mumbo. Ähm, hier wollte ich auch gar nicht hin. Ich habe immer noch keine Orientierung. Ich glaube, die kommt auch gar nicht mehr. Hier wollte ich auch nicht hin. Ich bin also voll falsch gegangen. Ja genau, da wollte ich hin. Denn ich habe eine Theorie, wie ich das hier machen könnte. Ich habe den Typ noch gar nicht, oder? Wie komme ich denn jetzt nochmal da hoch? Ha, genau. Ähm, und jetzt so rüber? Jawohl. Das funzt. Dann kriege ich euch endlich. Du Chinjo. Aber zwei fehlen noch. So, und hier. Der Schalter sieht mir sehr eingerostet aus, ne? Deswegen versuche ich einfach mal... Ah, das klappt sogar. Wow. So, nochmal. Nochmal. Ähm, hallo? Geht doch. Nochmal? Oh Mann. Oh ne, wie geht es jetzt? Muss ich gleich von oben? Nein. Das kann ich vergessen. Scheiße. Ich dachte, ich wäre auf dem richtigen Weg. Aber anscheinend... ...war ich das nicht. So geht das. So, und wieso geht es jetzt nicht weiter? Das würde ich gerne wissen. Ich muss einfach von weiter oben machen, denke ich mal. Aber das klappt irgendwie nicht. Das ist ja seltsam. So, jetzt so. Jetzt noch einmal, oder? Dann machen wir das von ganz oben. So. Wieso geht das nicht? Ich werde bei diesem Spiel nicht glücklich. Ich mag Zierkos ja eh nicht so besonders. Aber ne. Ich glaube, da muss ich mir... ...irgendeine Lösung angucken. Eigentlich müsste doch so eine Bombe reichen, oder? Aber nein. Okay, vergessen wir es. Das wird so nichts. Gehen wir mal hier rein. Und irgendwie müssen wir auch mal zu Potte kommen. Schon viel zu viele Teile an dieser Welt verschwendet. Und kaum weiterkommt. Ich habe mir so gedacht, dass du so ein Fiesling bist. Komm her. Benjo ist so schwach. Der schafft das nicht. Der schafft nur Katsui. Mann, Mann, Mann. Ähm, hier war er schon, oder? Oh, shit. Ach so, ich kann es schon. Ich habe genug Noten, aber... ...da muss ich Katsui loswerden. Das habe ich ja gelernt. Und ich denke mal... ...dass hier auch so eine Plattform existiert. Jawohl. Dann kann ich Katsui gleich mal... ...den Laufpass geben. Geht das? B? Geht das mit B? Mit A? Jawohl, mit A. So, tschüss, Katsui. War schön, dich gekannt zu haben. Aber jetzt... ...slage ich mich allein durch. Ich kann nicht mal die Bären rollen. Das ist schlimm. So, mal gucken, was der mir beitragen will. Schleudersack. Das geht ja nett. Benjo hat jetzt einen leeren Rucksack. Kann ich die Bösen platt machen? Mhm. Toll. B drücken. Das konnte ich noch nie. Ach, jetzt kann der wahrscheinlich endlich mal eine Attacke machen, oder? Ach, das wollte ich gar nicht. Der kann jetzt bestimmt endlich mal irgendwie angreifen. Wow. Geil. Guck dich das an. Das ist hart. Genial. Das hätte er aber auch mit Katsui machen können, oder? Kriege ich die jetzt mit der Attacke? In der Luft? Ne. Schade. Ich hätte gedacht, ich hätte gedacht, das geht. Ah, cool. Ich habe die Hohne dabei bekommen. Yes. Okay, was kann ich hier noch machen? Was ist schon? Pampum. Ich glaube, da geht es rein. Das wäre höchst logisch. Aber ich glaube, dafür brauche ich Katsui. Ähm, falsche Richtung. Sein Katsui hat einen sehr harten Schnabel. Mit dem ich sicherlich dieses Gitter da vernichten kann. Hoffe ich mal zumindest. Ähm. Wie kann er sich da bitte schön festhalten? Haha. Komm ich hier mal runter wieder. Irgendwie lässt er nicht los. Hilfe, ich will hier weg. Ah, cool. So. Ne, das geht nicht. Wie soll ich denn da reinkommen? Hm. Weiß nicht. Ähm. Also hier muss es was geben noch. Das steht fest. Ich weiß auch nicht, was diese Blume hier soll. Soll ich nochmal umgucken. Kann er nicht von hier oben. Doch. Ah, genau. Ich könnte auch irgendwann eine Bombe dranschießen. Dann klappt das bestimmt. Ich habe mich jetzt schon einige Male überrascht. So. Und. Feuer. Yes, geil. Okay. Okay, mal gucken. Was der Pump Room für Überraschungen auf Lager hat. Pump Master 2. Hi. So. Katsui. Da muss ich nur mit der alleine herkommen. Ich dachte, ich kann nur mit Benjo alleine sein. Aber anscheinend geht es auch umgekehrt. Okay, dann. Gleich mal zurück zu den Plattformen. Komm. Tschüssi. Nur fünf Hundenquaben. Das ist sehr erschreckend. Wie schwach so ein Bär ist. Uah. Komm her. Ähm. Der hat mich nicht erwischt. Gut. Aber es gibt auch keinen Hund, glaube ich. Der passt da.